Gemeinsam anstatt gegeneinander. Das ist das Motto der musikalischen Fusion, die vor kurzem in der Volksschule Sitzenheim stattgefunden hat. Denn erstmals musizieren die Trachtenmusikkapelle Sitzenheim mit der Musikkapelle Leopolds Kron Moos. 76 Musiker und Musikerinnen zählt dieses besondere Orchester. Und den Auftakt machten die Jüngsten, die Jumsikanten, wie sie sich selbst nennen, mit einer Uraufführung und Hannes Kirchberger weiß mehr dazu. Musik verbindet. Das stellen die Trachtenmusikkapelle Sitzenheim und Leopolds Kron Moos bei einem gemeinsamen Konzert unter Beweis. Und der Beginn gehört dabei den Jungmusikantinnen und Musikanten. Wir haben da heuer nämlich eine Uraufführung. Es ist ein eigener Marsch für unsere Jugendmusik komponiert worden von einem Freund von mir aus Kärnten. Und da, den wir uns heute vorstellen, mit der Sitzenheimer Jungmusik, die sich Jumsikanten nennen, mit auch Beteiligung aus Leopolds Kron Moos. Und wir machen da jetzt eigentlich aus einem Jugendorchester ein großes Jugendorchester, wo wir andere Jungmusiker, die keine Möglichkeit haben, irgendwo mitzuspielen, bei uns einfach mitarbeiten können. Nach der Jugend ging es mit einem bunten, abwechslungsreichen Programm, angefangen mit traditioneller Blasmusik, hin zu Filmmusik und Musik der 80er Jahre weiter. Die Orchesterleitung wird dabei ebenso geteilt wie die 76 Plätze der Musikerinnen und Musiker auf der Bühne. Ich habe eine sehr musikalische Familie. Mein Großvater war schon über 20, 30 Jahre bei der Musik und auch als Kapellmeister tätig. Mein Papa ist Bezirksobmann vom Lunga, also ist man eigentlich in eine musikalische Familie hineingewachsen und groß geworden. Die Vorbereitungen und Proben auf dieses Gemeinschaftskonzert verliefen ohne Probleme, bestätigt uns Sebastian Stügner, Kapellmeister der Trachtmusikkapelle Sitzenheim. Sie sind alle pünktlich da gewesen, motiviert, das ist das Wichtigste. Und wir haben wirklich eine gute Arbeit gemacht, glaube ich, und gut geprobt. Das gemeindeübergreifende Projekt sieht sich auch als Symbol zur Überwindung der durch die Pandemie entstandenen menschlichen Gräben. Gemeinsam musizieren verbindet. Wir haben ja ein paar Sitzenheimer helfen ab und zu bei uns aus und aus denen ist ein Gespräch rausgekommen. Und von dem Gespräch haben wir halt einmal gesagt, jetzt probieren wir mal Gemeinschaftskonzerte überhaupt nach der schwierigen Zeit, was wir jetzt gehabt haben. Wir haben gesagt, Musik verbindet und jetzt haben wir halt einmal probiert, dass wir einfach zusammen musizieren. Die Musikkapellen haben für das Dorfleben eine wichtige Bedeutung. Bei jedem Festtag, bei weltlichen oder kirchlichen Feiern sind sie dabei und nicht mehr wegzudenken. Wenn die Feuerwehr Florianifeuer hat, spielt die Muse. Wenn die Schnäuze ausrücken, spielt die Muse. Wenn die Erstkommunionskinder bei der Erstkommunion sind, spielt die Muse. Das war auch mein Erstkontakt zu unserer Musikkapelle. Wie ich die Erstkommunion gehabt habe, hat auch die Muse gespielt und da habe ich dann schon gesagt, da will ich auch mit rein. Und das war so quasi die Initialzündung. Also die Muse ist im Dorf fest verankert, bei allen Traditionsvereinen immer mit dabei. Und man kann sich das eigentlich nicht vorstellen ohne Muse. Es geht ja was an und die Gemeinschaft gleitet ein bisschen darunter, wenn keine Muse dabei ist. Applaus 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 Applaus